Ich stelle eine verrückte These auf. Es gibt viele Menschen, die es hassen, wenn jemand eine andere Meinung, eine andere Ansicht hat als sie selbst. Und es gibt viele Menschen, die es hassen, wenn jemand anderes etwas von denen geliebt ist in irgendeiner Form kritisiert. Und damit Ahoi ihr Küstenkinder und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute habe ich kein Set für euch explizit mitgebracht. Ich möchte über ein Thema sprechen, das mir schon lange, lange auf der Seele brennt und jetzt wieder in mein Gedächtnis gerüttelt wurde. Und dieses Thema betrifft so viele Schichten unserer Gesellschaft und ich finde, im Social-Media-Bereich ist es extrem und sehr schnell zu sehen und zu spüren, was eigentlich mit unserer Gesellschaft so vor sich geht. Am Ende glaube ich aber, Menschen sind halt so, ich möchte es trotzdem einmal ansprechen und so eine gewisse Aufmerksamkeit dafür vielleicht erzeugen, dass manche Sachen einfach nicht in Ordnung sind. Gleich vorweg, so eine Art Disclaimer, ob man das so sagt, weiß ich nicht. Also, macht euch mal keine Sorgen, die, die mich mögen, mich stört das gerade nicht. Ich bin da nicht irgendwie psychisch angeknackst oder gekränkt oder sonst irgendwas diesbezüglich. Ich finde es nur verdammt interessant, was passiert und möchte darüber einmal meine Gedanken loswerden. Einige von euch haben vielleicht mein Video zu diesem Set hier gesehen, zur V22 Osprey von Kobi. Und ich habe es mir erdreistet, negative Kritik zu diesem Set zu äußern und ich habe es mir auch erdreistet, positive Kritik zu diesem Set zu äußern, aber das war irgendwie nicht Kern der Kommentare, die ich so gelesen habe. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich hier etwas gemacht, was du heutzutage einfach nicht machen darfst. Du darfst heutzutage nicht anderer Meinung sein als die große Masse. Denn dann kommen ganz viele Menschen, die dank Social Media, die dank dem Internet plötzlich eine Stimme haben, die sie sonst wahrscheinlich nicht gehabt hätten, und die kriechen aus ihren Löchern und pusten und tröten auf einmal los und fühlen sich sehr, sehr, sehr stark angegriffen. Ey, ich weiß gar nicht, was es ist. Auf jeden Fall erkenne ich ein faszinierendes Verhalten. Ich möchte es kurz einordnen. Ich habe mich, wie gesagt, teilweise sehr kritisch hier zu diesem Produkt von Kobi geäußert. Das mache ich auch bei anderen Herstellern. Ich habe mich auch schon in der Vergangenheit sehr, sehr kritisch zu Lego Set zum Beispiel geäußert. Ich habe mich auch sehr positiv schon über Lego geäußert und ich hatte auch hier sehr viele positive Aspekte in diesem Ding drin. Aber das Thema ist halt, dass Kobi allgemein in der Klemmbaustein-Community, und ich übertrage dieses Thema gleich auf mehrere Bereiche, in der Klemmbaustein-Community sehr hoch angesehen. Also Kobi ist sehr hoch angesehen. Von Kobi wird behauptet, dass die eine super Qualität haben, dass die nahezu perfekt sind, oft lese ich, dass die besser als Lego sind. Und Kobi ist gefühlt, was ich viel mitbekomme, ich bespitze vielleicht hier und da, unantastbar. Dagegen Lego ist der geächtete, große, mega schlimme Großkonzern. Da ist alles furchtbar, da ist alles schlecht. Und der muss auch schlecht sein und da darf auch nichts Gutes sein, weil alle, viele, eine große Mehrheit sagt, das ist ganz doll schlecht. Und jetzt das Problem, jetzt kommt irgendein Hans-Wurst um die Ecke, so wie ich zum Beispiel, und sagt auf einmal, Kobi, das ist gar nicht so gut. Oder auch in anderen Videos, Lego, das ist richtig toll, das gefällt mir richtig gut. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich einen sehr kleinen Channel habe, also eine sehr kleine Reichweite habe, also sehr wenige Menschen um mich herum habe, die meine Meinung teilen. Dagegen gibt es, wie es auch in der Industrie, in der Wirtschaft ist, Lobbys, sozusagen. Die haben viel Reichweite, da gibt es Meinungen, also es gibt Meinungen, die haben viel Reichweite. Und die Meinungen sind dann irgendwie in unserer Gesellschaft automatisch mehr wert, diese Ansicht, als kleine. Also habe ich große Reichweite und vertrete eine Meinung, eine Ansicht, ist diese mehr wert, als habe ich kleine Reichweite und vertrete eine andere Ansicht. Und das hagelt in Social Media massiv auf die Content Creator, auf Menschen einfach so rein. Und ich finde, da sollten wir alle mal drüber nachdenken, denn nicht jeder Mensch kann damit gut umgehen. Und nicht jeder Mensch verkraftet das und das tut Menschen auch weh und das kann Menschen auch fertig machen. Und jetzt kommt ein Punkt, der mich wirklich wütend macht, nicht mich persönlich, weil es mich nicht trifft, aber allgemein macht mich das wütend. Und dann lesen wir Kommentare, ich bekomme solche Kommentare, ich lese diese Kommentare woanders. Da steht dann wirklich ernsthaft drin, dass die Person ja selbst daran schuld ist, wenn sie kritisiert wird. Oder wenn sie beleidigt wird oder wenn sie unhöflich in irgendeiner Form angesprochen wird. Mit der Begründung, ja dann melde dich halt bei Social Media nicht an, wenn du das nicht abkannst. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da sind wir also angekommen. Also es ist genauso das Prinzip wie, wenn zu Frauen gesagt wird, ist ja kein Wunder, dass ihr in irgendeiner Form begrapscht werdet, dass ihr doof angemacht werdet, dass ihr irgendwann angestarrt werdet. Ist ja kein Wunder. Zieht euch halt nicht so an, dass man dazu getrieben wird, euch so anzuschauen oder sowas. Oder leider, brennt euch die Mütze? Wer sagt denn sowas? Das ist das gleiche Prinzip. Kannst doch hier nicht Opfer-Täter-Umkehr betreiben. Nur weil sich jemand in Social Media anmeldet, heißt es doch nicht, dass diese Person es hinnehmen muss, persönlich angegriffen, beleidigt oder dumm angemacht zu werden. Genauso wie draußen auf der Straße, wenn eine Frau meint, sich irgendwie ein bisschen sexy anzuziehen, heißt es doch nicht, dass sie es hinnehmen muss, wenn sie doof angemacht wird oder vielleicht sogar angekrascht wird. Sag mal, was ist denn hier los? Was passiert mit unserer Gesellschaft? Das kann nicht funktionieren. Ich bin ein großer Freund davon, sachliche Kritik zu bekommen. Wenn ich Bullshit erzähle, kann mir das gerne vernünftig dargelegt werden. Und wenn meine Begründungen, wie ich sie hier mache, auch in euren Augen Bullshit sind oder in den Augen von den Menschen, die es dann so empfinden, gerne sachlich oder in die Kommentare. Aber dieses unhöfliche Losgepöbel und Erdreiste, alles machen zu können, was ich möchte, ich bin an Social Media, bist ja selber schuld, jetzt kriegst du erstmal richtig eins vor den Latz, das funktioniert in meinen Augen nicht. Und da gibt es auch viele YouTuber, die auf diesen Zug aufspringen und das genauso betreiben, bewusst oder unbewusst. Ich habe jetzt einen Kommentar gelesen unter einem meiner Videos diesbezüglich, wo dann drin stand, dass da auf einem gewissen Kanal in irgendeiner Facebook-Gruppe regelrecht eine Hexenjagd, sobald die Wortwahl von dem Kommentarschreiber, gegen mich durchgeführt wird. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe mir die Facebook-Gruppe nicht angeschaut. Ich habe mir dazu nichts, keine Ahnung, es sei jetzt erstmal wertfrei so dahingestellt. Das habe ich so gelesen. Und da denke ich mir auch so, meine Güte, habt ihr alle nichts Besseres zu tun, als sowas zu machen? Wen bringt denn das irgendwas? Außer, dass sich irgendjemand darüber aufregt. Ich könnte mich auch stundenlang auch über andere YouTuber da draußen aufregen, die andere Meinungen haben als ich, die mich durch den Kakao ziehen, die mich irgendwie kritisieren. Könnte ich genauso machen, mich hinstellen und sagen, ja, was seid ihr denn? Was seid ihr denn für eine Meinung? Das ist total blöd. Ich sehe das ganz anders. Wie kann man sowas sagen? Das ist schon ein bisschen huhu. Mache ich doch auch nicht. Warum habe ich doch gar kein, ist mir doch völlig Wumpe, was andere YouTuber in irgendeiner Form machen für deren Erfolg und was weiß ich nicht alles. Ich kann es einfach nicht persönlich nachvollziehen, warum dann sowas in irgendeiner Form gemacht wird. Und das ist ja nicht nur hier bei mir so. Das ist ja komplett Social Media. Das ist ein Haifischbecken, meine Güte. Und das spiegelt die Gesellschaft wieder, die in meinen Augen immer unanständiger und immer untragbarer wird. Ich habe jetzt noch ein paar Ausführungen einmal für euch vorbereitet. Ich habe mir Gedanken über dieses Thema gemacht, was es im Kern ist, was ich einmal ansprechen möchte. Ich habe mir da auch viel dazu aufgeschrieben und ich möchte es nicht auswendig lernen, aber die Gedanken kommen aus meinem Kopf. Ich werde aber wahrscheinlich relativ viel davon nochmal lesen, weil ich einfach kein Wort vergessen möchte, weil mir das dann wieder anders ausgelegt werden würde, wenn ich wieder irgendwas falsch formuliere. Das habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, um irgendwie zu schauen, jetzt hier kein Quark zu erzählen und mich zu verzetteln. Wenn man hier so live reinquatscht, kann das schon gerne mal passieren. Also, was ich für mich festgestellt habe, wenn ein Mensch in Social Media, aber auch in unserer Gesellschaft, aber auf Social Media kommt es halt massiv durch. Wenn ein Mensch eine andere Ansicht hat als viele andere Menschen, wird automatisch davon ausgegangen, dass diese eine Ansicht falsch beziehungsweise nichts wert ist. Weil der eine ist ja alleine mit seiner anderen Ansicht. Vielleicht, vielleicht sind die anderen, die die gleiche Ansicht haben, einfach nicht so laut wie die Pöbler, die zu dem großen Pool gehören. Kann auch sein. Denkt mal drüber nach. Dann ist es auf einmal nichts wert. Dabei kann genauso gut, und jetzt haltet euch fest, das gilt auch für Politik und für alles andere da draußen, alles hinterfragen. Bitte alles hinterfragen, alles. Dabei kann genauso gut die Ansicht vieler falsch sein. Und ebenso wie natürlich die Ansicht des Einzelnen trotzdem falsch sein kann. Er muss nicht unbedingt recht haben, nur weil er alleine ist und die Minderheit darstellt. Das ist auch nicht, ne? Aber wichtig ist, alle Ansichten können falsch sein und sind zu verbrauchen. Warum sage ich gleich noch was? Ganz wichtig für mich, ich möchte das einmal ganz klar aussprechen, nur weil eine große Mehrheit irgendwas so empfindet, ist das nicht die ultimative Wahrheit. Und dann hat niemand das Recht, die kleine Minderheit deswegen in irgendeiner Form doof anzumachen, unhilflich zu sein, vielleicht sogar zu beleidigen oder sonst irgendwas. Das funktioniert nicht. Das ist nicht nett in der Gesellschaft. Da sind wir alle keine Freunde mehr. Das ist nicht cool. Wichtig ist immer, wie so eine Ansicht, meinetwegen auch eine Meinung, begründet ist und dargelegt wird. Und wenn das fundiert und sachlich ist, dann kann man auch super drüber nachdenken oder darüber diskutieren. Sachlich und fundiert. Jetzt gibt es hier bei YouTube, in meinem speziellen Bereich, das gilt vielleicht auch woanders, die große Herausforderung des Fokus. Und ich meine nicht mal einen Kamerafokus, auch wenn der mich manchmal sehr verrückt macht. Der Fokus ist für mich folgendes. Für jeden Menschen können andere Dinge wichtig sein und sind es wahrscheinlich ganz oft auch. Deswegen können und werden verschiedene Menschen gleiche Produkte auch immer anders betrachten und wahrnehmen. Und damit auch ganz anders einordnen. Das gilt übrigens auch wieder zwischenmenschlich. Charaktereigenschaften eines bestimmten Menschen kann ich total super finden, andere eben nicht total super. Dieses Prinzip gilt einfach überall in jedem Bereich. Und das muss, finde ich, jedem Menschen bewusst sein, der Kommentare tickert und der irgendwo seinen Senf dazu gibt. Und mir ist schon bewusst, dass das dann natürlich nicht bedeutet, dass diese Punkte oder auch Charaktereigenschaften, wie auch immer, für alle anderen Menschen genauso einzuordnen sind. Mir ist klar, dass ich eine Macke habe, was Oberflächen bei Steinen betrifft und was Konsistenz der Steine zueinander betrifft. Da habe ich eine Macke. Aber für mich ist das eben ein Punkt, wo ich sage, dann passt für mich die Qualität nicht. Und nichts anderes sage ich an meinen Videos, was für mich zu diesem Preis, was ich denn bezahle bei Produkten, nicht in Ordnung ist. Das sage ich. Huh, als wäre doch was fliegen gegangen. So, und das habe ich in meinen Augen gerade bei dem Video hier zu diesem Set sehr, sehr, sehr sachlich formuliert. Da war ich schon mal anders und unterwegs. Und warum da Unterschiede gemacht werden, das hört ihr von mir auch gleich noch. Was ich eigentlich sagen will, jeder kann seinen Fokus auf andere Bereiche eines Produkts oder eines Menschen legen. Jeden Menschen ist irgendwas anderes wichtiger. So, ganz einfach. Und wenn mir etwas überhaupt nicht gefällt, dann kann ich das begründen. Und dann ist das eine Wahrheit. Dann ist das meine Wahrheit. Das muss natürlich nicht eure sein. Und das ist der Punkt, worüber man dann diskutieren kann. Aber man kann das ja nicht in Frage stellen und sagen, nee, das ist nicht so. Weil für mich ist es das. Für mich ist die Wahrheit, dass diese Fliesen an diesem Set furchtbar sind und eine extrem schlechte Qualität haben. Da kann sich keiner hinstellen und sagen, das stimmt nicht, die Qualität ist sehr gut. Das geht so nicht. Wenn ich sage, für mich ist das nicht gut, dann ist es das. Und selbst wenn ich nicht immer sage, für mich ist die Qualität schlecht. Auch wenn ich allgemein sage, die Qualität passt hier einfach nicht. Dann ist das eben trotzdem meine Meinung, weil ich sage es ja. Ja, dann verallgemeinere ich. Und vielleicht kann ich da anzukommen und auch so ein bisschen differenzierter kommunizieren, als ich immer sage, ich, 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 ich. Aber ganz klar gesagt, ich meine mich. Wenn ich über irgendwas rede und sage, dann meine ich mich, der das nicht gut findet. Und in der Regel meine ich dann nicht, dass das für alle schlecht sein muss. Da werde ich an meiner Kommunikation noch ein bisschen arbeiten. Also, es gibt viele Wahrheiten aus vielen anderen Perspektiven. Und ich traue es eigentlich jedem Menschen zu, wenn er denn möchte, aus diesen vielen Wahrheiten, vielen Ansichten, ein eigenes Bild bilden zu können. Also, eine eigene Meinung bilden zu können. Darum gibt es doch viele verschiedene Quellen. Das ist doch super. Wäre ja schlimm, wenn es nur eine Informationsquelle in irgendeiner Form geben würde. Also, wir können aus Wahrheit hier auch Meinung machen. Und wichtig ist, dass das, was gesagt wird, begründet wird, begründbar ist und irgendwie dargelegt wird. Alles andere wäre ja einfach nur Gefasen und Geschwurfel und Plakativ und dies, das. Das mache ich manchmal auch. Das passiert mir auch. Hier habe ich es bewusst nicht machen wollen. Und wie gesagt, gleich kommen wir nochmal zum Punkt, wo das Plakative doch wieder völlig okay ist auf einmal. Beziehungsweise, wir kommen jetzt direkt dazu. Denn ich stelle ja immer eine dreiste, freche Behauptung auf. Wäre das ein Lego-Produkt gewesen und ich hätte das Video genau so gemacht, wie ich es jetzt gemacht habe, dann wäre ich dafür gefeiert worden. Da hätten ganz viele Menschen da gestanden und gesetzt und geklatscht. Der hat recht. Furchtbares Lego. Diese Qualität geht gar nicht. Das ist eine absolute Katastrophe. Und ich hätte es nicht mal so begründen müssen. Ich hätte einfach nur sagen brauchen, was Lego hier macht, ist totaler Mist. Die können gar nichts. Die Qualität des Steines ist super schlecht. Ich brauche euch das gar nicht zeigen. Ihr glaubt mir das so. Glaubt mal, das seht ihr eh nicht. Das ist extrem schlecht, die Qualität. Braucht ihr euch gar nicht angucken. Geht gar nicht. Die Steine zueinander. Das sieht alles furchtbar aus. Hat sich echt schlecht bauen lassen. Lego ist das aller, aller Letzte. Hätte ich das so gesagt, dann wären viel weniger kreative, äh, kreativ ist gut, viel weniger kritische Kommentare oder Reaktionen gekommen, als es bei diesem Set war. Und das ist der Punkt, die ich einfach sagte, die große Mehrheit aktuell in der Klemmbaustein-Community sieht das Lego, ey, wird es die in die Kommentare schreiben? Ja, dann höre ich ja nicht. Er sieht das Lego oder will sehen, dass Lego schlecht ist. Die unterstützen das. Egal, was da dargelegt wird. Gibt immer Unterschiede. Gibt immer Ausnahmen, ja. Große und Ganzen. Große Bubble ist es so. Und dann gibt es die große Mehrheit, die aber sagt, das ist aber gut. Und wenn es dann kritisch dargelegt wird, dann kriegst du voll einfach einen Bug. Und das finde ich nicht so charmant. Und natürlich ist mir schon klar, wenn ich Fan von irgendwas bin, von einem Produkt, von einer Marke, von Bausteinen, dann sehe ich gewisse Sachen einfach nicht. Dann sehe ich gewisse Mängel einfach nicht. Da rutsche ich drüber hinweg. Genauso wie ich beim Jazzclub drüber hinweggerutscht bin, dass da Farbabweichen drin war. Mich hat es in dem Moment nicht so gestört. Ich habe es kurz angesprochen, aber nicht so sehr kritisch. Ja gut, da bin ich halt einfach nur Mensch. Mensch, ich bin kein Journalist. Ich mache das hier. Es ist total leihenhaft. Und dann rutsche ich drüber hinweg. Andere Sachen, die mir nicht gefallen, spreche ich deutlicher an. Und dann gibt es aber auch noch andere YouTuber, die so ein Set-off vorstellen. Und dann haben die auch eine Meinung. Und dann könnt ihr euch ja oder da draußen die Menschen eine Meinung darüber bilden. Und das ist ja das Gute. Es gibt viele verschiedene Menschen, die irgendwas vorstellt. Ein anderer würde sagen, dass hier alles tip-top ist. Dass die Fliesen vielleicht super aussehen. Dass die so völlig okay sind. Das passt trotzdem. Das ist doch super. Ich sehe es aber nicht so. Also darf ich das auch sagen, oder? Ein riesiges Problem ist einfach, dass Menschen irgendwie nicht mehr selbst nachdenken wollen. Die wollen alles. Ich werde schon wieder verallgemeinplakatieren. Viele Menschen wollen, so glaube ich, alles drüber am Vorserviet bekommen. Einfach Kopf ausschalten. Die Wahrheit gesagt bekommen. Und dann nicht selber mehr drüber nachdenken. Die eine eigene Meinung bilden. Das ist eben dann einfach vielleicht dem einen oder anderen zu anstrengend und zu schwierig. Immer schön der Masse hinterher. Aber das gibt es bei mir eben auf diesem Channel nicht. Und das habe ich schon so oft gesagt. Werde ich jetzt nochmal sagen. Wenn ein Produkt in meinen Augen nicht okay ist, sage ich das. Mir ist völlig Wumpe und Banane, welcher Hersteller das ist. Wenn ein Produkt in meinen Augen richtig geil ist, dann sage ich das auch. Und mir ist völlig Wumpe und Banane, welcher Hersteller das ist. Und ja, ich versuche ein bisschen Show reinzubringen. Ich versuche hier und da ein bisschen witzig und lustig zu sein, damit es nicht ganz so langweilig und trocken für euch wird. Und dann werde ich auch mal sarkastisch und zynisch. Und das mache ich dann gerne und mit Absicht und bewusst, damit der eine oder andere Mensch drüber lacht. Und viele lachen drüber. Das weiß ich, das schreibt ihr mir und das freut mich. Und das werde ich auch weiter so machen. Einen Punkt habe ich gar nicht eingebracht. Ich wusste nicht, wo ich dir einordnen soll. Den möchte ich aber nochmal sagen. Was ich auch oft lese, ist dann, ja, das ist halt Kunststoff. Da kann man ja nicht erwarten, dass es perfekt ist. Das ist halt so und dies und das und alles. Ja, aber ich möchte es erwarten. Ich möchte doch erwarten, dass ich auch, wenn es Kunststoff ist, ein Produkt bekomme, was eben nicht zerkratzt ist. Ich kaufe ja auch kein Auto, was zerkratzt ist. Man kann auch sagen, ja gut, das ist Lack, das Metall zerkratzt. Oder Metall rostet halt irgendwann mal. Ja, kann man halt, das ist halt so, ne. Erwarte ich ja auch nicht. Und ich erwarte ja auch, dass ein Motor länger als 60.000 Kilometer hält, wenn ich mir einen Neuwagen kaufe, schaffen wir jetzt irgendwie auch nicht alle Firmen. Aber nur weil das die Firma nicht schafft, heißt das ja nicht, dass das normal ist. Ich kann ja trotzdem mehr erwarten, oder? Also, das wollte ich nochmal reinbringen. Ich habe eine sehr hohe Erwartungshaltung an Qualität. Und das ist nicht nochmal Baustein so. Und ich hatte mir mal, ihr habt es vielleicht in einem Video hier gesehen, die Apple Watch Ultra gekauft für völlig wahnsinnige 1.000 Euro, als sie auf den Markt gekommen ist. Und da habe ich eine sehr hohe Erwartung an die Qualität gehabt. Die wurde in meiner Meinung überhaupt nicht erfüllt. Ich hatte da Probleme mit dem Gehäuse. Ich möchte da nicht darauf eingehen, das ist hier kein Apple Channel, wo ich sage, für das Geld akzeptiere ich das nicht und habe das Ding wieder zurückgeschickt. Ich mache das nicht nur hier so. Ich habe die Marke überall, was Oberflächen betrifft, war da bei der Uhr übrigens auch so. Und dann ist mir das wumper und dann ist das meine Ansicht. Also, seid euch bewusst, auf diesem Channel bin ich sehr pingelig, was Qualität betrifft. Höchstwahrscheinlich, meistens immer. Ich habe meinen schlechten Tag und habe es übersehen. Ich bin pingelig, was das betrifft. Und alles andere, eingangs, was ich zu Social Media sagte, was ich zur Gesellschaft sagte, finde ich, nein, das ist meine Meinung, das sehe ich so. Und ich bin der Meinung, das sollten wir ändern und die Menschen sollten anders werden. und wir sollten alle mal vor unser eigenes Haustür kehren und alle mal auf uns gucken, so eine eigene Nase fassen, sagt man, ja, so schön, und andere Menschen einfach mal in Ruhe lassen, die andere Ansichten, andere Meinungen haben. Ja, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Wie gesagt, trifft nicht nur mich, trifft viele Menschen in Social Media, wenn ich mir jetzt überlege, dass du irgendwie sensibel ein Mensch am Start ist, der einfach Lust hat, sowas zu machen gerne und vielleicht irgendwas Doofes mal sagt zufällig und dann so einen Shitstorm abkriegt und irgendeiner Form oder gehatet wird und dies, das. Ey, der Mensch wird auch im Leben nicht mehr froh, hinterfragt auch sein ganzes Leben und kriegt vielleicht übelste Probleme psychisch, nur weil irgendwelche Affen da draußen sind, die ihre Klappe nicht halten können, die keinen Anstand haben, die schlechte Erziehung halten und die ihr Leben nicht im Griff haben und mega frustriert sind vielleicht und deswegen ihren Frust an anderen Menschen auslassen müssen. Ihr seid alle nicht ganz dicht, die sowas machen. So, das ist mir am Ende nochmal sehr wichtig. So, das war ein sehr spezielles Video heute. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Schreibt mir mal eure Meinung dazu gerne unten drunter in die Kommentare. Vielleicht sachlich, wenn ihr Bock habt, wäre cool. Und dann sehen wir uns ganz bald im nächsten Video wieder. Vielleicht wieder Kobi. Ich habe mir von Kobi jetzt ein Set bestellt, komplett schwarz. Weil mir wird ja geschrieben in die Kommentare, das muss ein Ausrutscher sein, das ist nur bei dem Set so, die haben wir super Qualität, jetzt bestelle ich mir ein komplett schwarzes Set. Und dann schauen wir nochmal, wie die Steine da sind. Auch das werde ich ganz klar sagen. Mir ist völlig egal, wenn ich damit eine Lobby tangiere und ärgere und da reinsteige ins Westen lässt. Wenn es kacke ist, zeige ich es und wenn nicht, zeige ich es auch. Genau, so oder so. Das machen wir. Habe ich mich schon verabschiedet? Egal, habt eine gute Zeit, viel Spaß bei eurem Hobby und wir sehen uns hier ganz bald wieder. Bis dahin, alles Gute und Tschüss von eurer stets ehrlichen Steinküste.